Scarecrow hat sich die Tochter von Commissioner Gordon geschnappt. Ziemlich grausam, wenn du mich freust. Schleichst du immer noch auf Dächern rum? Du hättest nicht kommen sollen. Nicht heute. Machst du Witze? Als ich von Barb erfuhr, habe ich... North Refrigeration. Sag mir, was du weißt. Der Pinguin benutzt Kühllaster, um Waffen aus Bloodhaven zu schmuggeln. Ich glaube, er hortet sie direkt hier in Gotham. Die Frage ist nur wo. Cobbleport ist unsere beste Spur zu Barbara. Ich muss dieses Waffenlager finden. Wenn ich einen der Laster abfange, führt er mich direkt dorthin. Wenn es nur jemanden gäbe, der ihre Bewegung überwacht hat. Was? Du dachtest nicht wirklich, ich kreuze ohne Plan hier auf, oder? Ich erledige das. Du wirst in Bloodhaven gebraucht. Komm schon, Bruce. Lass mich helfen. Du schaffst nicht alles allein. Zu gefährlich. Ich will niemanden mehr verlieren. Bloodhaven braucht dich. Okay. Ich verstehe schon. Aber wenn du den Laster verfolgen willst, brauchst du das hier. Es ist ein Prototyp, direkt aus dem Labor. Der alte Fox hat sich selbst übertroffen. Wir sehen uns, Bruce. Mit den Sabotagegeschossen des Unterbrechers kann ich ihre Waffen deaktivieren. Ich habe nur drei Schuss übrig. Ich sollte mir meine Ziele gut aussuchen. Die Waffe wurde deaktiviert. Wenn ich den Unterbrecher erneut benutze, wird sie bei der Verwendung explodieren und alle in der Nähe zu Boden werfen. Die Kiste steht unter Strom. Jeder, der Nachschub braucht, bekommt einen Schlag. Eine große, glückliche Familie. Ich habe ihre Ausrüstung sabotiert. Zeit, mich ihnen vorzustellen. Als ob ich dir das sage. Was hast du für ein Problem? Wir arbeiten doch alle für diese Freaks. Die Kiste steht unterzeichnen. Der Nachschub ist mit sie unterzeichnet. Der Nachschub ist mit ihnen fuß, was sie wissen. Ich habe einen Fehler, dass sie weggeheben sollen. Mal sehen. Ein Truck voller Waffen und Sprengstoff. Ich kann das Fahrzeug mit dem Unterbrecher markieren und überall in Gotham aufspüren. Jetzt muss ich sie nur noch soweit motivieren, dass sie mich zu ihrem Versteck führen. Raffinesse funktioniert. Immer. Wenn ich auf den Dächern bleibe, kann ich ihnen direkt bis zum Waffendefot des Pinguins folgen. Der Peilsender am Fahrzeug bleibt selbst durch Gebäude hindurch aktiv. Solange ich das Ziel im Auge behalte und nicht außer Reichweite lasse. Was zum Teufel machst du da? Willst du uns umbringen? Es ist Batman. Wir müssen sofort hier raus. Wo willst du denn hin? Zurück zum Unterschlupf. Bist du blöd? Das führt ihn doch wieder zu Koppelpott. Was soll ich ausmachen? Fahr weiter. Vielleicht lässt er sich abschütteln. Siehst du ihn? Ich bin hier am Fahren. Schon klar, aber ich sehe ihn nicht. Ob wir ihn los sind? Was weiß ich. Guck weiter. Wir müssen sicher sein, hier. Wir zurückfahren. Hat Pinguin nicht behauptet, das wäre einfach? Niemand hat was von Batman gesagt. Er ist weg. Gott sei Dank. Zurück ins Versteck, bevor ihr uns nochmal findet. Schafft, wir haben es tatsächlich geschafft. Vergiss Batman. Der ist überbewertet. Konnte nicht mal mit unserer Schwandkarre mithalten. Ich werde ihn nicht. Ich werde ihn auf dem Weg erheren. Das macht er nicht schwer. Ich lasse. Ich werde ihn nicht. Wir müssen ihm umfinde. Jeder muss auf dem Weg kommen. Ich werde ihn für den Weg bringen. Denn er wird nicht einfach. Wie war die Schnauze. Ich werde ihn mit einer Schnauze war. Ich werde ihn mit seinen Schnauzen. Ich werde ihn nicht vermissen. Ich werde ihn mit einer Schnauze haverадцasse bitten. Ist euch jemand gefolgt? Batman hat's versucht, wir haben ihn verscheucht. Ja, klar. Bewegt eure Herrsche da rein. Der Boss will mit euch reden. Behalt euch lieber. So, wo monten wir hier oben während der Busterstreffen abhält? Er wäre sicher, dass wir das hier verteidigen. Vor wem? Batman? Mehr Sorgen macht mir Two-Face. Ich glaub, diesen Müll, die münden es nicht. Naja, ich arbeite lieber mit Two-Face als mit Scarecrow. Der jagt mir eine alten Angst ein. Ja, ihr habt gehört, er hat irgendwas mit seinem Gesicht angestellt. Das Dach ist schwer gesichert. Das muss das Versteck des Pinguins sein. Was hat er mit seinem Gesicht angestellt? Wer? Scarecrow? Verdammt auch mal! Hörst du mir überhaupt zu? Doch, tue ich. Sorry, hab nur nachgedacht. Worüber denn? Ich aus dieser verdammten Stadt komme. Gotham. Die beschissenste Stadt Amerika. So schnell ist das denn. Komm schon, schau doch mal. Siehst du, sagt was, was gerettet werden sollte? Ich würde diesen Ort niederbrennen und dann von vorne anfangen. Für einen Augenblick dachte ich, es wäre Batman. Er und der muss beim Plaudern. Ich dachte schon, ich bin verrückt. Ja, oder die Hölle wäre zugefroren. Woran hast du's gemerkt? Jetzt muss ich der Tochter des Commissioner's lassen. Angst hatte sie nicht. Als sie einfach auf den Neid losgegangen ist, dachte ich, er knallt sie gleich an Ort und stille ab. Irgendwie glaube ich, dass sie nicht hier noch was vorhaben. Warum regnet das dauern in letzter Zeit? Ist schon fast November. Verdammt, es sollte langsam mal schneien. Das Dach war schwer gesichert. Das muss der Eingang sein. Komm schon, tu irgendwas. Du machst mich ja lächerlich. Was ist mit der Fledermaus? Batman? Sorge dich nicht um Batman. Er gibt schon bald nicht mehr. Ja, er ist weg. Er ist ein Nichts. Ich hab's auch gesagt. Er konnte nicht mal mit den Beinen in dem schrottigen Tag mithalten. Er wird überschätzt. Egal. Er gehört. Ich hab euch was zu sagen. Wie ihr wisst. Und es bricht mir wirklich das Hins. Haben wir mit diesen Freaks zusammengearbeitet, um die Fledermaus zu erledigen? Ich weiß, ich weiß. Es wird schwierig. Aber seht es doch mal so. Wir sind verdammt reich. Ja. Psst. Das wird großartig. Er weiß nicht einmal, dass du hier bist. Komm schon. Keine Sorge, Juni. Du kriegst deinen Teil versprochen. So. Hat irgendjemand noch mehr dämliche Fragen? Was machen wir jetzt? Wir warten. Gebt einfach weiter Waffen an jeden Loser aus, der mit einer Handvoll Geld vorbeikommt. Der Arkham Knight, Barbara Gordon. Sag mir, wo sie sind. Sie hatte er also? Die Kleine des Commissioners? Ich brech dir jeden Knochen einzeln, Cobblepot. Ach, sie wollten zu dem Teron namens Simon Stead. Ihnen gehört ein Pharmaunternehmen oder sowas in der Hand. Lüg mich nicht an. Wache, tue ich nicht. Wirklich. Sie sagten, er verlässt Gothenwald. Diese Luftschiffe über dem West River sind seine. Mach dich kalt. Wir schießen, Batman. Das wird dir auch nicht helfen. Der Crew wird dich brechen. Du bist erledigt, Batman. Haltet ihn fest, Jungs. Ich hab meinen Schwinger perfektioniert. Seht zu und lernt. Wird seine Rübe dir recht von den... Du regelst das schon, was? Keine Angst, du kannst mir später danken. Du bist erledigt. Schat ihn nieder. Ist schon zu einfach. Hey, Freundchen. Das wird weh. Hey, Freundchen. Ich versuche, dir nicht die Schuhe zu sehen. Du bist der Kleiner. Die Waffen dürfen nicht auf die Straße gelangen. Das Depot muss zerstört werden. Bruce, lass mich dir helfen. Ich hatte alles unter Kontrolle. Ich hab dir gesagt, ich brauche dich in Bloodhaven. Scarecrow, diese Waffen. Das alles geht auch Bloodhaven was an. Hier ist der beste Ort für mich. Sieh mal. Bei der Menge an Waffen, die Pinguin nach Gotham gebracht hat, kann das hier nicht alles sein. Er muss noch andere Depots in der Stadt haben. Such nach Beweisen. Das sollte uns dabei helfen, weitere Kühllaster des Pinguins aufzuspüren. Was für ein Wichser. Die nehmen wir jetzt aus dem Biss. Ernsthaft? Nimmst du ihm das Gehabe ab? Macht er doch nur, um einschüchtern zu klingen. Bitte. Was tust du, Bats? Komm schon. Sperr mich nicht ein. Ich mach, was du willst. Soll ich Wäsche waschen? Mache ich. Alfred, helfen? Kein Problem. Zack, mit dem würde ich nicht tauschen. Ich werde Barbara retten. Ich melde mich, sobald ich die Laster vom Pinguin gefunden habe. Danke, Dick. Das weiß ich zu schätzen. Wofür hat man denn Freunde, Bruce? Alfred, finde so viel wie möglich über Simons Deck heraus. Der Farmer-Riese? Natürlich, Sir. Was haben wir denn hier? Ein guter alter Hinterhalt. Warte du da, Bats. Lass den alten Onkel Jay sich um diese Trottel kümmern. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Haben wir ihn? Ich weiß nicht. Glaube schon. Find's raus. Find die Leiche. Nein. Du gehst. Ich hoffe, ich sie doch getroffen habe. Oh, war mein Fehler. Das war's bestimmt tun. Warum du bist immer in den Scharf schon vertreten? Ich, ich bin hier der Landkämpfer. Seit Warten? Seit gerade eben. Also, warten wir einfach. Warten, was passiert? Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Wir sollten unseren Lohn einsacken und aus der Stadt verschwinden. Kann ich kaum erwarten. Ich hasse es hier. Hier regnet ständig und es stinkt. Ich persönlich hätte scharfe Munition benutzt. Alfred, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen. CEO von Stagg Enterprises. Eine fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Stagg's Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Bettmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleibe auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir. Sir, Stagg's Luftschiffe sind festgemacht und gesichert. Wir holen ihn ran. Gut. Geht rüber, findet Stagg und verhört ihn. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Machtdienst zuweisen. Den bewachen wir. Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Alfred, ich habe noch eine Leiche gefunden. Die Verstümmelung scheint identisch mit der des letzten Opfers zu sein. Dann scheint es wohl, als hätte Gotham es tatsächlich mit einem Serienmörder zu tun und sich dachte, dieser Abend könnte nicht schlimmer werden. Ich scanne die Leiche nach besonderen Merkmalen. Eine Besonderheit auf der Brust des Opfers sieht nach einem markanten Muttermal aus. Die Kugel steckt tief im Oberarm fest. Diese Art von Munition wird vorwiegend aus Jagdgewehren abgefeuert, die seit Jahrzehnten nicht mehr hergestellt werden. Am linken Fuß fehlen einige Zehen. Die Stelle der Amputation weist auf eine Entfernung von totem Gewebe nach Erfrierungen hin. Alfred, das Opfer heißt Robert Kinkade. Er war ein Mikrobiologe von Stagg Enterprises. Viele dachten, die Schießerei stünden in Verbindung mit Kinkades Wissen über kontroverse Forschungen. Aber das stimmte nicht. Er nahm einen Lehrauftrag in Atlanta an und dort wurde er als vermisst gemeldet. Ein weiteres Entführungsopfer, das nicht aus Gotham kommt. Ein wichtiges Detail, Sir. Das sind die Worte neben den Leichen auch. Versuche eine Verbindung zwischen den beiden Opfern, die ich entdeckt habe, zu finden. Es muss irgendwo Gemeinsamkeiten geben. Ich tue, was ich kann. Mein Lieblingsaufstatt war wohl hier ein Blackgate. Aber die E... Es wird auch gelegentlich dargestellt. Wir machen zusammenkissiert.